Ist dieses ganze Trara um die Zinsanhebung der FED ein einziges psychologisches Missverständnis und damit herzlich willkommen meine Damen und Herren zum Marktgeflüster. Ja, es sieht fast danach aus. Der Markt hatte irgendwie erwartet, dass die FED noch hawkischer wird, als sie ohnehin schon war in letzter Zeit und hat gedacht, oh die werden wahrscheinlich viermal die Zinsen anheben in diesem Jahr nicht nur dreimal, wie sie vorher gesagt haben. Dementsprechend waren offenkundig viele positioniert und wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Das ist insofern erstaunlich, als man von einem Extrem ins andere geglitten ist. Das eine Extrem war nämlich, dass die Märkte immer gesagt haben, ach die FED, lass die mal reden. Die tun nix, die bellen nur, aber beißen nicht und plötzlich ist man eben völlig ungeschwenkt, nachdem Trump an die Regierung gekommen ist, nachdem die Konjunkturdaten ziemlich anständig waren, ist man komplett ins andere Extrem verfallen, hat gesagt, oh Gott, jetzt werden wahnsinnig viele Zinsanhebungen kommen. Und die FED ihrerseits unterliegt auch einem psychologischen Missverständnis. Wenn man mal Janet Yellen gestern gehört hat in der Pressekonferenz, hat sie gesagt, die Daten sind nicht besser geworden in letzter Zeit, was ja die Frage aufwirft, warum man dann die Zinsen anhebt. Und die FED wiederum ist wahrscheinlich eben auch aufgrund eines psychologischen Missverständnisses hat man diesen Schritt gemacht. Einfach deshalb, weil man den Märkten zeigen wollte, guckt her, vorher haben wir immer gesagt, wir werden die Zinsen anheben, haben es nicht getan und jetzt tun wir es einfach mal, weil die Märkte eben sozusagen hier gedacht haben, die FED, die bellt nur, aber beißt nicht und man wollte zeigen, dass man auch beißen kann sozusagen. Also das ist sozusagen ein komplettes Missverständnisspiel hier wechselseitig und die Reaktion der Märkte hatte es dementsprechend in sich. Wir sehen aber, dass an den Aktienmärkten die Euphorie schon wieder komplett verflogen ist, während der Dollar weiter unter Druck bleibt. Wir haben heute wieder anständige Daten seitens der US-Konditur gesehen, Baubeginne sehr ordentlich, Filifed sehr ordentlich, wir haben allerdings schlechtere Baugenehmigungen, aber Schwarm drüber, insgesamt war das schon okay. Es hat dem Dollar nicht nachhaltig geholfen, jedenfalls. Und wir haben jetzt die Situation, dass Goldman Sachs zum Beispiel sagt, naja, das was hier passiert ist, das hatte so einen Touch, als hätte die FED die Zinsen gesenkt und nicht angehoben. Es ist eigentlich auch wirklich naheliegend, wenn man sich die Marktreaktion anschaut. Und Royal Bank of Scotland sagt, also liebe Leute, ihr habt das missverstanden. Die FED ist nicht so dovisch, wie ihr hier gemeint habt. Und man verweist vor allem auf die bisher sehr, sehr dovischen Mitglieder innerhalb der FED, die ihre Dotplots nach oben genommen haben. Also ihre Zinserwartungen, die Folge der Anstiege der Zinsen nach oben genommen haben, das habe der Mark total ignoriert und nicht verstanden. Wie auch immer, jedenfalls scheint es ein Rundum-Missverständnis der allerbesten Güte zu sein, das wir heute erleben. Schauen wir uns dieses Missverständnis mal anhand der Charts an. Wir sehen den DAX, der hier missverständlicherweise zunächst mal gestiegen war bis 12.180, aber dann ging es so Stück für Stück wieder nach unten. Wir haben sogar dieses gerissene Gap wieder mehr als hinzugemacht, sind jetzt genau dort, der 12.065. Große Frage ist, was ist jetzt mit dem Verfall morgen? Möglicherweise sind da jetzt einige schon am Zerren und am Zurren, um den DAX möglicherweise unter die 12.000er Marke zu kriegen oder unter die 12.100 zumindest. Das kann durchaus heute schon stark reinwirken, dieser große Hexensabbat morgen. Wir sehen den S&P 500 bei 2.378, 2.390 war das hoch gewesen. Wir sehen den DAO wieder über der 20.900er Marke immerhin, aber nachhaltig über die 21.000er hat er es dann doch nicht geschafft. Wir sehen leichte Schwäche auch beim Nasdaq immer noch über der 5.400er Marke, aber doch deutlich tiefer. Was nicht wirklich so korrigiert hat wie eben die Aktienmärkte, das ist der Dollar hier zum Beispiel Euro-Dollar 1.0736, zusätzlich unterstützt klar durch die Holland-Wahl, wobei dass Gerd Wilders in Holland Ministerpräsident werden könnte, war ohnehin sehr unwahrscheinlich. Ob der Rückschluss richtig ist, dass dadurch die Chancen Le Pens in Frankreich sinken, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall ist es so eine Beruhigungspille. Wir sehen Schwäche bei Dollar-Yen jetzt 113.03. Die Bank of Japan hat nichts gemacht und hilft damit dem Dollar nicht. Sieht jetzt so aus, als wenn wir hier Richtung 112 laufen und beim Euro in Richtung 1.08. Wir sehen eine ziemliche Wende. So hat es der Markt aufgefasst seitens der Bank of England heute, die eine Sitzung hatte und sich doch besorgt gezeigt hatte über die sehr stark anziehende Inflation. Und auf der anderen Seite seien die Daten doch ganz okay gewesen, die Konjunkturdaten in letzter Zeit. Es gab ein Bank of England Mitglied, das die Zinsen anheben wollte. Das war eine horkische Überraschung in der Summe und wir sehen hier, erster Schritt, gestern die Fäte, zweiter Schritt, dann eben die Sitzung der Bank of England, das britische Pfund, noch deutlicher im Plus. Wir sehen einen phasenweise großen Druck Dollar-Juan, weil die chinesische Notenbank die kurzfristigen Zinsen angehoben hat, um dann im nächsten Satz zu sagen, aber die Zinspolitik ändern wir nicht. Das ist chinesische Logik vom Allerfeinsten. Wir sehen hier diese massive Reaktion bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe gilt auch für die 2-Jährigen, die 5-Jährigen etc. Der Markt war extrem short eben in US-Staatsanleihen. Man war hier charttechnisch an einer neuralgischen Marke und dann passieren eben immer wieder die gleichen Dinge. Es geht in die andere Richtung. Wir sehen hier den High-Yield-Bereich. Ähnliches Muster, massive Korrektur dieser Bewegung, die wir zuvor gesehen hatten. Aber jetzt ist die Euphorie schon wieder ein bisschen verflogen. Gilt vor allem auch für den europäischen Anleihenmarkt. Deutsche Bundesanleihen unter Druck. Wir sehen den Ölpreis bei 48,67 Dollar. Da ist also auch ein bisschen die Euphorie raus. Nicht aber bei Gold. 1227. Größter Anstieg seit dem Brexit-Votum der Briten im Juni. Also da hat es richtig gerappelt. Wir sehen Silber, ganz ähnliches Bild. 17,32 Dollar. Und abschließend noch Tesla. Das Unternehmen hat gestern mit der Hand gegeben, eine Kapitalerhöhung von über einer Milliarden Dollar zu machen. Und das gibt es auf der Welt wohl nur bei einer Aktie, dass die Märkte dann sagen Hurra. Und das ist Tesla. Wer einen Verkäufer wie Elon Musk an der Spitze hat, der kann im Prinzip heiße Luft verkaufen. Und weitestgehend macht das Tesla ja auch. Und die Aktie steigt trotzdem. Normalerweise wird ja bei einer Kapitalerhöhung werden die Altaktien ja verwässert. Das ist eben auch so. Aber man sagt sich Hurra, wenn die also jetzt frisches Geld haben, dann können sie ihre tollen Pläne, können sie ihre Massenproduktion mit diesem neuen Tesla-Massenmodell, was auf den Markt kommen soll, können sie besser umsetzen. Also hier sieht man, es gibt ja manche Missverständnisse, die wirken etwas länger. Wir werden morgen mal sehen, wie schaut es mit den Aktienmärkten aus. Sehr stark verfallgetrieben jetzt schon. Da sind Prognosen schwierig, insbesondere wenn sie den Verfall betreffen. Und ich wünsche jetzt erstmal einen guten Feierabend, einen guten Abschluss dieses Tages sozusagen. Bis dann, ciao.